So, hallo, ich bin's wieder, der Bratschman. Ja, mal ein kleines Ankündigungsvideo zu dem Pokémon Race. Und erstmal für alle, die keine Ankündigungsvideos mögen, eine kurze Version vorweg. Und zwar, wenn ihr mehr Pokémon Race Videos haben wollt, müsst ihr einfach auf meine Homepage gehen und einmal am Tag die beiden Werbung klicken. Das war die kurze Version. Und jetzt kommt die lange Version. So, ich mache natürlich LPs, weil es mir Spaß macht. Genau, es ist ein Hobby von mir. Und ich habe Spaß daran in Paper Mario, ich habe an Millie Spaß und natürlich auch in Pokémon Race. Allerdings, das Bearbeiten von Pokémon Race, naja, das ist ziemlich nervig, weil da überall Echo sind. Und ja, an einem 15 Minuten Video bearbeite ich da so etwa 30 Minuten. Und das macht mir nicht Spaß, wie zum Beispiel das Bearbeiten von Paper Mario oder Millie. Und deswegen habe ich gedacht, ah nee, erstmal zeige ich euch, so hört sich das an, wenn ich nicht bearbeiten würde. Ich versuche jetzt einfach alles zu one-hitten mit Gedanken gut. Äh, ich bin jetzt reingegangen, ich versuche es mal. So, und weil ich ja den ganzen Scheiß auf mich nehme mit dem Bearbeiten, würde ich auch gerne etwas von euch dafür haben. Und zwar, ihr könnt mir einfach helfen, indem ihr einfach auf meine Homepage geht und sagen wir einmal pro Tag auf die beiden Werbungen klicken. Bei pro Klick bekomme ich da ein bisschen Geld und um genau zu sagen 15 Cent. Und so sagen wir, pro 2 Euro würde ich ein Video hochladen. Ich denke mal, das ist ein fairer Deal, oder? Und ja, jeder von euch kann einmal täglich draufklicken und wenn einer von euch auf beide Werbungen klickt, habt ihr pro Tag schon mal 30 Cent. Und wenn das 7 von euch machen, haben wir schon 2 Euro und das wäre dann schon ein Video für euch. Also, das kann Rucki-Zucki gehen. Und ich denke mal, es sollte kein Nachteil für euch sein und auch überhaupt kein Nachteil für mich. Dann nehme ich das Bearbeiten gerne auf mich und dann werden vielleicht sogar mehr Pokémon-Videos kommen, wer weiß. So, ich denke mal, das war's für mich. Ich bin Brötzschman. Lark.